Freunde, wir haben 20% auf das gesamte Sortiment, außer auf Whey und Kreatin. Also checkt den Shop aus, spart und unterstützt unseren Content. Okay, legen wir los. Legen wir los. Danke für die Einladung heute hier auf dem Parkplatz. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich habe auch extra hier alles schön sauber gemacht und hergerichtet für euch. Wir dachten, weil die Leute gesagt haben, ihr seid wahrscheinlich gar nicht da. Ja. Ihr filmt hier in irgendeinem Studio in Deutschland. Jetzt sind wir auf einem amerikanischen Parkplatz. Ich hoffe, das passt für euch. Wir sitzen vor dem Apartment von Nadine Huber. Genau. Martina ist auch da. Ja. Wie geht es dir, Nadine? Gut. Gut, mir geht es wirklich gut. Ich bin gut angekommen. Ich hatte allerdings einen kleinen Sonnenstich. Das hat sich jetzt aber Gott sei Dank wiedergelegt. Das war der zweite Aufwässerungstag, wo es mir dann halt einfach nachmittags kurz die Schuhe ausgezogen hat. Kopfschmerzen, brechen. Hast du gespuckt, ja? Ja. Mir ging es echt nicht gut. Kurz vor dem Wettkampf auch scheiße, oder? Ja. Meine erste Panik war, scheiße, ich Salz auf, ich Wässer auf. Ich kann dem Stefan doch gar nicht sagen, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich drin und was nicht. Aber das hat sich Gott sei Dank wieder alles normalisiert am nächsten Tag. Ich konnte auch wieder essen und trinken und trainieren. Also es war alles tippitoppi. Hast du den geholt beim Einkaufen? Beim Einkaufen? Ja, tatsächlich. Ich bin nämlich vor, das war das einzige Mal, wo ich gesagt habe, ach komm, kannst du eigentlich auch mal vorlaufen. Ja, so in der prallen Mittagssonne. Wie lang war das? Ach, gar nicht so lang, vielleicht 20 Minuten. Ja. 20 hin, 20 zurück. Ja. Und er hat es mir halt mal kurz, ja. Habt ihr da irgendwie gegengekontert? Nö, gar nichts. Nee? Nee. Also er hat mich auch, ja, genau. Also er hat auch gesagt, mach dich da nicht verrückt. Die Form sitzt, also da kann nichts mehr verrutschen. Bei mir ist es eh so, in der Aufwässerungswoche und beim Entwässern, wir machen nichts. Also wir arbeiten nicht mit irgendwas zusätzlich, sondern es wird regulär aufgewässert mit 8 Litern oder 6 bis 8 Litern. Und dann geht man langsam mit dem Wasser runter, mit dem Salz runter und das war's. Und dann stellt man mich halt da hin. Und dementsprechend haben wir eigentlich alles so beibehalten. Wir sind auch einen Tag eher quasi in die Peak Week gestartet. Das heißt, es hat sich gut kompensiert. Und ja, jetzt sind wir heute am Aufladen, der erste Tag. Und morgen dann nochmal und dann ist schon Show Day. Wie ist es für dich jetzt allein in den USA zu sein? Ist es cool, ist es Vorteil, ist es Nachteil? Hätte es gerne jemand dabei gehabt? Also ich muss sagen, jetzt merke ich das Alleinsein mehr. Wie jetzt das letzte Mal, als ich die Quali geholt habe in Alabama. Weil mehr Zeit einfach dazwischen ist. Ich bin von Alicante ja eigentlich schnell nach Hause geflogen. Am nächsten Tag gleich wieder rüber geflogen. Einen Tag später bei Registrierung und ich war dann Tag drauf wieder auf der Bühne. Das heißt, ich hatte gar nicht wirklich Zeit, allein zu sein oder drüber nachzudenken, dass ich allein bin. Jetzt hier ist es schon anders. Also es gab jetzt schon, vorgestern war das vor allem, wo es mir halt nicht so gut ging. Ja, scheiße, du bist halt alleine. Du musst halt auch, wenn du irgendwas brauchst, brauchst du jetzt ein Medikament oder sowas, musst du halt los. Eben. Niemand, der dir irgendwas bringt oder holt? Genau, genau. Das kenne ich aus meinem letzten Olympia-Jahr. Da hatte ich eine Lungenentzündung nach der Show. Also da bin ich dann schön mit Lungenentzündung und Fieber nach Hause geflogen. Und das war auch noch zur Corona-Zeit. Das heißt, ich durfte mir nichts anmerken lassen. Man muss noch Maske tragen wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Das ist schon, du bist halt, klar, ich hatte jetzt keinen Fieber, Gott sei Dank. Aber wenn du so Fieber hast und dir es wirklich schlecht geht, so mit Lunge und allem, das ist schon mal eine andere Nummer. Das war jetzt in Ordnung. Also ich bin ja auch zu Hause alleine, in Anführungsstrichen, mit meinen Kindern. Das heißt, wenn ich da krank bin, dann bin ich halt krank. Ja. Aber in einem anderen Land ist es schon anders. Der Vorteil hier ist halt wirklich, du hast hier Uber Eats und du kannst dir halt alles nach Hause liefern lassen. Sei es jetzt Pharmacy, sei es Klopapier, sei es Getränke. Also alles Schwere habe ich mir einfach vor die Haustür liefern lassen. Und klar, so die Snacks und so, Fleisch, Gemüse, das habe ich dann schon geholt. Aber alles andere lasse ich mir liefern. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal da, aber es gefällt dir am meisten an den USA. Das ist schon Luxus, wenn man sich das alles liefern lassen kann, oder? Das kostet immer Zeit einkaufen. Ja, also wenn ich die Möglichkeit zu Hause hätte und ich würde jetzt mal sagen, du bist ja auch aus dem Süden. Im Süden gibt es Uber so gar nicht, so in Großstädten oder so, da gibt es das. Aber bei uns im Süden, da ist es ja, da gibt es das halt einfach nicht. Da hast du ja einen Bus vor der Haustür, der alle Stunde vielleicht mal fährt oder alle zwei. Wie nicht? Ja gut, die wohnt auch im Nirgendwo. Aber schön. Ja, ist schön, ist ruhig auf jeden Fall. Ja, und hier ist es halt auch so, du hast hier Zero Auswahl. Also wenn du nicht fett werden willst, dann wirst du auch nicht fett. Also die Auswahl hast du in Deutschland wirklich nicht. Das Einzige, was sie hier nicht haben, ist Flavpowder für ein Porridge oder so. Das haben sie nicht. Ich war auch im Nutrition Store. Die haben so ein, ja das sieht aus wie ein Gewürz. Das ist so ein Chocolate-Ding. Aber das hat jetzt wirklich so einen Geschmack wie jetzt bei anderen Marken oder so. Aber jetzt in der Peak Week benutze ich das eh nicht. Genau. Und dementsprechend. Gut so. Ja. Macht die Darmflora kaputt. Ja, ist so. Wie war, ich rede fertig. Ja, ich merke das auch. Also wenn ich Süßstoffe rauslasse, weniger jetzt wegen dem Wasser würde es mir gar nichts ausmachen. Aber ich merke es halt an der Verdauung. Ja wirklich? Ich weiß gar nicht. Für Süßstoffe habe ich jetzt nicht drin, aber ich habe jetzt da noch keinen Unterschied gemerkt. Aber es gibt ja wirklich Leute, die vergewaltigen das ja fast schon. Ja, und die übersüßen dann alles. Und die machen es sich auch selber dann schwer. Ja. Weil das ist ja immer wieder Appetitanregen. Die kriegen immer mehr Hunger und mehr Gelüste. Und das habe ich ganz, ganz früh dann einfach abgestellt. So in der Off-Season oder so, dann mache ich das auch. Ich mache das auch in der Diät, dass ich morgens in meinen Paul-Trust reintue. So einen Scoop oder so, finde ich absolut legitim. Aber in der Peak Week, da muss die Verdauung stimmen. Weil wenn ich dann, wenn ich dann hier alles zerschieße und nicht nachher so in der Kessel raussteht, das gehe ich gar nicht. Ja, dafür, dass du so einen Scoop von irgendwas reingetan hast. Ist doch der Preis viel zu hoch. Ja, absolut. Erster Wettkampf dieses Jahr war Ampro. Ja. Ja. Dann bist du Alabama. Ja. Dann bist du Warschau. Ja. Und jetzt ist Olympia. Das heißt, du machst schon relativ lange Prep und hast immer auch eine Phase zwischen den Wettkämpfen. Ich würde interessieren, wie so die Phase dazwischen ist. Weil man hört immer so von Athleten, auch von Coaches, dass das fast so das Kritischste ist, irgendwie diese Form zu konservieren. Wie ist so die Phase zwischen den Wettkämpfen für dich? Also, ich muss, ich habe Gott sei Dank auch viel Glück gehabt. Also, jetzt grundsätzlich in der kompletten Bodybuilding-Karriere von mir. Also, ich bin ja 2018 gestartet. Das war, der erste war von der Froschi, Niederbayerische. Dann war Süddeutsche, dann war Bayerische und dann war die Deutsche. Und ich habe eigentlich immer eine Finalplatzierung gehabt. Immer Top 3. Und jetzt auch seither eigentlich immer im Finale gestanden. Und jetzt habe ich das Glück und darf zum zweiten Mal jetzt im Olympia teilnehmen. Und nächstes Jahr auch schon. Ich musste nicht viele Wettkämpfe machen dieses Jahr, um mich zu qualifizieren. Das ist natürlich immer das Ziel. Natürlich, wenn man irgendwo schon mal war. Aber wenn ich das mit letztem Jahr vergleiche. Immer der Zweite. Ja. Das lag dir auch irgendwann, oder? Immer Zweite, ja. Da hast du halt dann wirklich auch Selbstzweifel. Und zweifelst an dir und an der Form. Und das Problem war halt, oder ist aktuell immer noch so, dass in Europa Figurwettkämpfe einfach einmal im Monat sind. Ja. Und wenn du vier oder drei Wochen zwischen den Wettkämpfen hast, finde ich Katastrophe. Also wirklich. Ich bin eher so, okay, zack, zack, zack. Und fertig. Dann bin ich in meinem Film drin, in meinem Fokus drin. Habe meinen Drive. Und kann das abrattern. Also es hört sich immer so hart an, abarbeiten. Aber da bist du einfach drinnen. Das ist wie, wenn ich jetzt in die Arbeit gehe. Arbeite ich lieber acht Stunden oder mache ich eine Teilschicht. Morgens vier, abends vier. Da ist auch der Tag gelaufen. Und dementsprechend ist für mich die Übergangszeit oder war die Übergangszeit letztes Jahr extrem schwierig. Auch für den Kopf. Weil du hast nicht mehr zu essen. Vielleicht ein bisschen. Das heißt, du hast keinen Dampf im Training. Die Training sind schlecht. Und es zieht sich wie ein Kaugummi. So die letzte Zeit, klar, die Woche davor geht immer wie im Flug. Aber bis dahin, das war schon anstrengend. Hast du auch im Kopf gehabt, die Chancen werden ja auch immer weniger. Natürlich. Sich zu qualifizieren. Der Druck wird ja auch immer größer. Voll. Und ich habe wirklich dieses Mal das allererste Mal auf meinem Bauchgefühl einfach gehört. Das heißt, okay, ich habe mir den Kalender angeschaut, habe gesagt, okay, ich will Alicante auf jeden Fall starten, weil das ist so Tradition einfach schon, seitdem ich bei der MPC bin. Den mache ich mit. Und dann hat mich die Body B einfach angesprochen in Alabama, weil das halt so praktisch eine Woche danach war. Und ich bin jetzt kein Schwergewichtsathlet, wo man Angst haben muss, okay, der verliert das vielleicht nur auf der Strecke 15 Kilo. Sondern das lässt sich gut halten. Ich kann direkt in die Peak Week starten. Hatte das schon mal so auf dem Schirm. Habe das auch mit dem Stefan besprochen gehabt. Er hat gesagt, jetzt mach ich erst mal den. Und Portugal. Und dann sieht man weiter. Und ich bin halt von der Bühne runter, habe den dritten gemacht auf der M-Pro. Bin direkt zu Stefan, weil der hat dann gleich gewartet. Und habe gesagt, komm Stefan, das machen wir. Ja, doch, das machen wir. Ist eine kluge Entscheidung. Okay, kläre das ab. Muss ja immer mit den Kindern und so, mit meiner Mami abklären, dass das funktioniert. Und bin dann direkt heimgeflogen. Am nächsten Tag in der Früh um drei direkt auf den Flughafen. Und habe das da gemacht und gut war. Und so habe ich es mit Warschau auch gemacht. Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Wann war der Gedanke irgendwie im Kopf gedient, dass du Warschau machen willst? War das spontan nochmal? Ist auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Voll, ja. Und auch eine clevere Entscheidung gewesen, vor allem im Nachhinein. Ja. Aber wann hast du das beschlossen? Ich habe dem Robert damals schon geschrieben, also dem Veranstalter. Als ich meine Pro-Karte bekommen habe, macht man ja immer noch einen Profi-Wettkampf, um zu schauen, okay, wo steht man eigentlich? Und der hat bis dato immer nur Bikini und Menzphysik gemacht und Classic dieses Jahr. Und ich habe zu ihm gesagt, Robert, mach doch mal Figur. Und er hat gesagt, ja, das ist halt auch immer eine Geldsache. Okay, klar, dann Starter in Europa, auch nicht mehr so, vor allem so kurz vor Olympia und so. Da wollen die dann eher nach Amerika gehen. Und als es rauskam, dass er das macht, war das für mich schon so gesetzt. So, da habe ich gedacht, okay, ich will da unbedingt dran teilnehmen, weil ich den so schön finde, den Wettkampf. Also die Atmosphäre dort, die kümmern sich, die sind alle so herzlich, so lieb und hilfsbereit. Die Organisation ist tippitoppi. Natürlich, ich bin auch keine Bikini-Amateurathletin, wo dann irgendwann um drei Uhr nachts noch da. Das war halt schon knackig. Aber nicht nur für die Athleten, auch für die anderen. Logisch, alle. Weil die sind nämlich noch früher da gewesen. Ja, klar. Aber ich kann mich null beschweren und bin da aber auch wirklich ohne Erwartungen hingegangen. Ich wollte gerade fragen, wolltest du gewinnen oder hast du gedacht, ich fahre jetzt einfach hin? Natürlich will man immer gewinnen, das schon. Aber wenn ich jetzt nicht gewonnen hätte, dann wäre das für mich absolut auch in Ordnung gewesen. Weil es für mich einfach so eine Herzensangelegenheit war. Ich bin dort Profi geworden. Und du hast dich noch gezwungen, praktisch den Wettkampf zu machen. Und ja, wollte da einfach nochmal hingehen. Wie ist das nach dem Wettkampf? So als Frau hast du da mit Rebound zu kämpfen, Wasser und so. Ich meine, du hast gesagt, ihr wästert auf und macht sonst nichts. Genau. Ist es dann problematisch, wenn die Wettkämpfe so dicht hintereinander sind? Oder hast du damit überhaupt gar kein Problem? Überhaupt nicht. Also selbst, ich durfte auch essen danach. Also manche dürfen ja dann auch gar nichts irgendwie Shit oder so essen. Wir arbeiten aber auch beim Laden wirklich nur mit sauberen Lebensmitteln. Also Reis, Rice Cream, Haferflocken und auch am Wettkampftag. Was du halt kennst, oder? Genau. Und was ich vertrage einfach, du gehst halt überall auf Nummer sicher. Ja. Und das heißt, ich habe auch nach dem Wettkampf, weil ich ja bis zwei bis drei Stunden vor der Bühne noch mal eine richtige Mahlzeit esse. Das heißt, wenn ich jetzt vormittags dran bin, dann esse ich auf jeden Fall noch zwei richtige Mahlzeiten. Gar nicht so diese Gelüste, was manche da, diese Gravings, was da manche haben, wo sie dann irgendwie alles reinschieben müssen, was sie in die Hände bekommen. Weil sie schon irgendwie morgens Nutella-Brötchen essen und dann zwischendrin immer ihre Cookies und so weiter. Das habe ich so gar nicht. Nach dem Wettkampf ist für mich immer oberste Priorität, anderthalb Liter bis zwei Liter nur Wasser. Erstmal wieder Wasser auffüllen. Ja. Und wirklich erst mal ein bisschen Pipi wieder machen und das ganze System einfach wieder in Gang bekommen. Weil was halt nicht passieren darf, ist eben, dass sowas wie Darmprobleme oder der Magen, dass der kippt. Ja. Und habe dann auch ganz normal gegessen und habe eigentlich am Tag danach vielleicht ein halbes Kilo mehr, weil du halt ein bisschen wieder Wasser ziehst vom Trinken und so. Aber nie so. Ein halbes Kilo ist ja zu vernachlässigen. Und dann gehst du wieder sofort in den normalen, also wenn der Wettkampf dich dran liegt, gehst du sofort wieder in den normalen Diätalltag über. Genau. Genau, ja. Also ich habe immer meinen straighten Diätplan und Stefan guckt auch wirklich täglich drüber. Ja. Also ich schicke ihm täglich Gewicht, täglich Videos, selbst auch manchmal sogar nach dem Training, um zu gucken, okay, arbeitet noch der Muskel oder kommt einfach nichts mehr an, bist du komplett leer. Und dann wird halt aufgestockt, okay, heute mal 200 Gramm Netcarbs mehr oder 300 Gramm Netcarbs mehr oder 100. Und so wird es dann auch gemacht. Also ich habe dann nach dem Wettkampf, Freitag sind ja die Shows immer in den USA. Das heißt, sonntags war Embro, ich habe Montag wieder direkt aufgewässert. Das heißt, fünf Tage vorher, drei Tage aufwässern, zwei Tage aufladen und weniger Wasser und weniger Salz. Genau. Und ich frage mich mal deswegen, weil Männer ja schon immer sagen, das kann man nicht machen, so dicht ineinander. Und für Frauen müsste es ja eigentlich noch schwieriger sein. Also es hat sich ja so durchgesetzt, du kannst nicht so viele Wettkämpfe direkt ineinander machen. Also würdest du auch bestätigen, wenn man das gut plant und wenn man sich nach dem Wettkampf im Griff hat und da nicht eskaliert, dann kann man das durchaus machen. Und das schadet der Form auch nicht. Absolut nicht. Ich sah sogar besser aus. Ja, genau. Also ich sage immer, früher hat man das ja ichlicherweise gemacht. Und heutzutage ist das so, das kann man nicht machen, da sieht man ja immer nur schlechter aus. Und jetzt hast du es ja durchgemacht. Ja. Mit dem Druck. Mit dem langen Flug. Ja. Ja. Und es war besser. Ja. Also definitiv. Ich unterschreibe das auch sofort. Also es ist alles machbar. Du musst halt einfach, wie soll ich sagen. Ich glaube, der ganz große Punkt bei vielen Athleten ist, dass die sich zwingen, sie müssen das jetzt machen. Genau. Und keiner muss. Also es ist alles immer eine freiwillige Geschichte. Man setzt sich selber immer so extrem unter Druck. Oh, ich muss jetzt den Wettkampf und den Wettkampf und den Wettkampf machen. Nein, du darfst. Ey, das ist ein Privileg. Ja. Also du hast auch eine Diät oder eine Off-Season oder einen Ernährungsplan. Du hast das Privileg. Du kannst dir aussuchen, was du isst. Ob das eine Pizza ist oder ein Hähnchen mit Reis, das ist ja dir überlassen. Aber es gibt so viele Länder, wo sich die Menschen das einfach nicht aussuchen können. Ja, wir diskutieren Low-Fat, Low-Carb. Woanders verhungern die Menschen. Wir haben den Luxus, sowas zu diskutieren. Und geben dafür noch mehr Geld aus. Ja. Auch noch. Für weniger Kalorienmenge geben wir mehr Geld aus. Und noch dazu, ich meine, diese Diäteinschränkung, die du machst, die ist ja ein sportliches Ziel. Und nicht, weil du eine schwere Krankheit hast und irgendwelche Sachen nicht verträgst. Ja, ist so. Das muss man sich ja auch immer mal vor Augen führen, wenn die Leute dann sagen, ja, es ist so hart und ich brauche jetzt meinen Cheat-Day. Und wenn du irgendeine Unverträglichkeit hast, eine Schwere, dann kannst du auch kein Cheat-Day machen. Also das denke ich auch immer, hm, ist es selbst ausgesucht. Ich habe eine Athletin gehabt, die hat Morbus Chrom. Und da haben wir echt das nur durch Ernährung wieder so in den Griff bekommen, die ist so happy. Und das heißt nicht, dass sie gar nichts Schlechtes, in Anführungsstrichen, mehr essen kann. Sondern sie kann, ihr Darm hat sich jetzt wieder daran gewöhnt. Und so, weil das war einfach ein zu großer Überfluss an schlechter Ernährung, an schlechten Lebensmitteln. Klar, Stress kommt auch noch dazu, aber das ist, ja, wie mit allem, so das Maß. Ja. Einfach das Gleichgewicht beibehalten, auch was Wettkämpfe angeht, was Essen angeht, was Es-Weg-Gehen angeht. Und einfach alles, wenn du alles mit Maß und Ziel machst, dann kann es einem eigentlich nur gut gehen. Und Wettkämpfe, das machen zu dürfen, auf Bühnen stehen zu dürfen, daran teilzunehmen, in Sport zu gehen, wann man will. Kein Krieg zu haben, ein Dach über dem Kopf, ein Bett zum Schlafen. Also das ist schon, man muss so dankbar sein. Du sagst also, es hätte keinen negativen Turn gegeben, wenn du jetzt Warschau nicht gewonnen hättest? Ich wusste ja, also wurde auch hochposaunt, das sei jetzt so vor der Olympia der stärkste Figurwettkampf, weil es eben nur Figur ist und weil halt Olympiateilnehmer schon dabei sind. Und auch von der Anzahl, und es sind noch frische Athleten dabei, ja. Also die, wo ihre Wettkampfsaison jetzt erst starten, ich bin halt schon ein halbes Jahr gut dabei. Das heißt, aber ich glaube, ich beruhige mich da auch immer so ein bisschen selber. Wenn ich, glaube ich, nicht in die Top 3 gekommen wäre, wäre ich wirklich enttäuscht gewesen. Hätte sich das dann ausgewirkt auf Olympia jetzt? Ja, mental auf jeden Fall. Du bist ja schon, wobei du trotzdem in der Lage bist, wo du fast nur gewinnen kannst jetzt hier. Ja. Das ja trotzdem nimmt auch wieder Druck raus. Ja, also ich selber, wir hatten es ja auch schon mal, also ich habe echt einen gesunden Kopf und bin sehr realistisch, was mein Erfolg angeht. Natürlich habe ich immer so ein eigenes Ziel auch vor Augen. Bei Profi-Wettkämpfen will ich natürlich gewinnen, aber ich will, der erste Step ist immer beim ersten Wettkampf, ich will auf jeden Fall ins Finale kommen. So, du startest in die Saison, ich will auf jeden Fall ins Finale kommen. Ja, okay, dann hast du eine Top 3 Platzierung. Ich rechne nicht damit, dass ich einen Wettkampf mache und dann gewinne. Damit rechne ich von Grund auf nicht, weil du weißt nie, was kommt, du weißt nie, was sie sehen wollen. Und man muss sich davon auch ein bisschen lösen, weil sonst macht man sich einfach mental kaputt, dass, wenn du Dritte bist, dass du schlechter bist als die Erste. Weil du kannst die ersten drei, die kannst du ja immer schieben. Und wenn du dich nur darin, wie sagt man, daran freust, ganz vorne zu sein. Ja, darum geht es nicht in dem Sport. Also ich gehe auf die Bühne und das versuche ich auch meinen Athleten immer zu sagen, wir machen jetzt Diät, wir schauen jetzt, wie du aussiehst und dann sehen wir, woran wir arbeiten müssen. Ja, also jeder, kein erster Platz, ab dem zweiten Platz kannst du sagen, okay, es hat vielleicht da und daran gelegen, hol dir Feedback. Ich bin eigentlich, ich hole mir immer Feedback, auch als Erstplatzierte. Okay, was mache ich jetzt für ein Olympia? Ja, weil du gehst ja trotzdem zu einem Wettkampf, wo du ganz genau weißt, Erste werde ich nicht, Zweite wahrscheinlich auch nicht. Ja. So, und dann kannst du ja Leute hinter dir lassen, wenn du das umsetzt, was sie dir sagen. Genau. Um vielleicht gegen Platz 12 gut auszusehen, Elfter zu werden nachher oder sowas. Doch, das wäre ja Bombe. Also deswegen, ich habe da ein sehr realistisches Auge, was mich selber auch betrifft. Ich weiß, ich bin zum einen, bin ich nicht die Größte, ich bin nicht die Schwerste, ich habe nicht die schmalste Taille und ich bin einfach auch noch nicht komplett ausgeglichen. Also wenn ich es mir jetzt so ausmalen könnte, dann hätte ich gerne mehr Außensprung, eine schmalere Taille und ein bisschen mehr Schultern. So, von der Front. So, ich glaube, wenn ich so ein bisschen schmalere Taille noch hätte und ein bisschen mehr Beine, Außensprung, ich glaube, dann wäre das ganz gut. Und so gucke ich einfach immer von Saison zu Saison. Letztes Mal hieß es, okay, ich brauche mehr Rücken. Okay, das haben wir jetzt nicht mehr das Problem. Das haben wir wirklich nicht mehr. Das kann man sagen, das ist zwar schon eine Stärke, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, und darum geht es ja. Ich meine, es ist ein Prozess und jeder Athlet, der, auch wenn er frisch Profi ist, es ist ein Prozess. Das heißt nicht, dass du dich direkt qualifizierst. Das sind Ausnahmen. Ich habe, es war bei mir, war das auch Glück. Ich bin von der Schwangerschaft raus, habe meine erste Saison gemacht, bin Profi und bin zum Olympia. Das ist nicht die Norm. Nein. Und da gehört auch eine Menge Glück dazu. Und das weiß ich aber auch. Und ich weiß auch, dass ich nicht die beste Athletin bin. Und ich weiß auch, dass ich in meiner Athletenkarriere nicht mehr als vielleicht elf werde oder zehn werde, je nachdem, wie lange ich es noch mache. Also, du wirst ja auch älter. Ja. Also, ich bin jetzt auch schon, ich freue mich über eine Platzierung beim Olympia einfach mal. So, dass du nicht Platz 16 bist. Das würde ich, da würde ich mich richtig drüber freuen und da dränge ich einen Schnaps drauf. Also wirklich, darüber freue ich mich dann auch richtig. Und alles Weitere zeigt die Zeit. Ja, also die ersten sind eh gesetzt, in Anführungsstrichen. Ja, also da bin ich auch. Ja, oder? Ich sage das ja auch immer, du musst die Leute, die vorne sind, wenn die wieder die gleiche Form bringen und alle gut sind, musst du erstmal einen verdrängen können. Das muss ja einen Grund geben. Das kann nicht nur drei Prozent oder irgendwie so besser sein. Du musst wirklich so sichtbar besser sein als die. Du musst ja einen Grund geben. Ja. Ja, also du musst ja wirklich, aber ich muss sagen, das sehe ich so ein bisschen bei der Lena. Die ist so ein, also nicht, dass sie Top 3 wird, das nicht, aber die kommt raus und die ist so ein Shining Star. Genau, so ein Hingucker. Genau. Und deswegen qualifiziert sie sich auch immer. Und sie hat auch einen eigenen Look. Ja. Also sie kopiert jetzt nicht da vorne irgendwie, die damit schon machen irgendwie und mitmischen ganz vorne. Die sehen ja auch, also ich finde Jenny und Lena sind von der Form, sind die sehr ähnlich, also von der Linie. Die sind beide sehr groß, haben dieses V-Taper. Auf jeden Fall. Und haben relativ gerade Beine, relativ. Die haben zwar einen kleinen Außenschwung, aber jetzt nicht diese Sand-Urform, was jetzt zum Beispiel die SIT hat. Ja. Du wirst da auch nicht hinkommen, kannst du nicht kopieren. Nein. Vor allem nicht als europäische Athletin, sage ich jetzt mal. Und die, zu Recht, zu Recht ist die auf Platz 1. Wobei die Jessica sich auch von letztem Jahr extremst verbessert hat. Weißt du, wie alt die Jessica ist? Ach, die müsste bestimmt 40 oder so sein. Ja. Ja, so, dass sie schon vier vorne hat, auf jeden Fall. Ja. Überleg mal, wie lange Wettkämpfe die schon macht. Ja, ja. Also das ist ja, die macht ja schon 20 Jahre Wettkämpfe. Ja. Wenn es reicht. So. Und das ist halt auch so ein Punkt. Und du hast jetzt schon mal die Chance, dich überhaupt hier in Amerika zu zeigen, auf dem Olympia. Ja. Ich jetzt zum zweiten Mal. Mhm. Und das ist ein Prozess. Ich glaube, so die Leute erinnern sich an dich und du machst auch deine Connections dort. Und machst Interviews oder Fotoschulings oder was auch immer, dass die dich einfach immer auf dem Schirm haben. Das ist wie, wenn ich die Straße entlang fahre und ich sehe 20 McDonald's-Shilter, da fahre ich bei Burger King vorbei. Sondern ich gehe zu McDonald's. Und so muss es halt, glaube ich, auch sein bei den Athleten. Einfach immer auf dem Schirm bleiben. Und dich halt auch nicht entmutigen lassen, wenn es halt mal nicht so läuft. So, weil es, guck mal, bei mir letztes Jahr ist es auch, ich war gut in Form. War ich. Aber es hat halt einfach nicht gereicht. Ja. Es hat dann, so nach der Saison, hat es dann schon, ich hatte auf den letzten, hatte ich auch gar keinen Bock mehr. Also muss ich auch ehrlich sagen, das war dann der vierte. Da war es dann auch schon September. Da hatte ich einfach keine Lust mehr. Und das hast du dann schon auch gesehen. Ja. Also man hat gesehen, dass da jetzt nicht mehr so das Feuer brennt. Nee. Ja. Ich bin, ich habe auch, ich war Backstage, ich habe keine Lust mehr. Und das hat jetzt auch gedauert, so drei, vier Monate. Habe ich mich dann auch wieder gesammelt. Bin dann auch wieder zum Stefan und habe jetzt halt einfach wieder richtig Lust. So richtig Lust. Und da habe ich mich wieder qualifiziert. Und so für nächstes Jahr, wo jetzt auch schon wieder so ein... Gibt dir das Sicherheit zu wissen, dass du nächstes Jahr auch schon dabei bist? Ja. Auch für den Olympia jetzt? Ja. Ja. Also definitiv. Und wie, das ist ja nicht nur für die, also ich denke jetzt auch immer so als Frau, für die Frauengesundheit ist das sicherlich auch ein Vorteil, wenn du weißt, nach Olympia, ich bin schon qualifiziert und ich kann dann mal gucken, was macht mein Körper, welche Wettkämpfe kann ich machen, muss ich machen, theoretisch müsste ich gar nicht. Ja. Also voll, da bin ich voll bei dir. Also es ist halt, du machst jetzt dein Olympia, du weißt, okay, in zwei Wochen ist es jetzt vorbei, ich mache noch einen danach, aber auch nur gute Willen wegen, weil es auch ein schöner Wettkampf ist. Was machst du in Prag? Nee, ich mache Ungarn. Ungarn? Das ist aber auch wieder, weil das eine Herzensangelegenheit ist. Das ist ja nicht so. Ja. Du hast halt vielleicht ein positives Erlebnistock gehabt. Ja, da habe ich meine erste Olympia-Guali damals geholt und die hat mich gefragt und dann habe ich gesagt, ja. Ja. So. Also, deswegen in zwei Wochen ist die Saison rum und es ist das erste Mal, wo ich halt wirklich aufatmen kann. Das habe ich nicht mehr gehabt, seitdem ich schwanger wurde. Ja. Und ich meine, das macht ja auch was mit dem Frauenkörper. Ja, natürlich. Ja, Stress ist raus. Stress ist raus. Nicht komplett, aber... Medikamente sind raus. Ja, ich meine, du bist schwanger. Da hast du eine spezielle hormonelle Lage. Ja. Und du gehst in die Wettkampfvorbereitung mit einer speziellen hormonellen Lage. Ja. Und dann wird es mal Zeit für eine andere hormonelle Lage vielleicht bleiben. Das ist genau sehr gut umspielen. Ja. Ja, es ist ja so. Es macht, deswegen fand ich auch, war für mich auch klar, nach Alabama, nach der Olympia-Quali, ich muss raus. Ich brauche einen Break. Ich hätte natürlich noch die anderen Wettkämpfe mitmachen können, Portugal und keine Ahnung, was da noch alles kam. Aber ich habe mich mit Stefan dann in Verbindung gesetzt und wir haben dann zusammen auch entschlossen, nein, wir machen einen Break. Wir machen eine kleine Recovery dazwischen, dass wir einfach nochmal alles schön rein und sauber bekommen und dann uns wirklich für die Olympia dann vorbereiten. Das ist auch frischer dann einfach, nicht nur im Kopf, sondern im Körper ist auch wieder einfach nochmal so, zumindest ein bisschen resettet. Ja, auf jeden Fall. Weil bei mir ist es halt auch so, mir sieht man das extrem schnell an. Ich baue auch extrem schnell ab. Also bei mir ist es dann immer so, ich bin halt auch immer so extrem hart. Das heißt, ich kann dann auch extrem viel verlieren dadurch, weil nach hart kommt halt dünn. Genau. Ja. Das war schon immer so. Ja, das war schon immer so. Und dementsprechend hat es mir auch gut getan. Okay, ein bisschen Luft rauslassen. Auch meine Familie, ja, meine Kiddies und so. Also die fehlen mir halt einfach am meisten hier. Weil ich habe auch gesagt, jetzt weiß ich, ich gehe nächstes Jahr, ich packe euch alle ein. Weißt du, die packen das. 15 Stunden, da fliegst du morgens, dann machen wir durch die Nacht, die schlafen im Flieger. Das weiß ich. Und dann ist man hier und dann ist man aber zusammen. Weil das ist halt immer so, mein Mamaherz, das weint dann halt immer, wenn ich unterwegs bin. Ja, also ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir das so ungefähr vorstellen. Man hat ja doch auch Gedanken, was zu Hause passiert gerade. Also ich bin Gott sei Dank sehr, sehr dankbar, dass meine Mami gleich um die Ecke lebt. Die begleitet mich seit meiner Schwangerschaft. Die war bei mir beim Wochenbett. Also die sind dort echt gut aufgehoben und können dann auch ihren ganz normalen Alltag leben, in ihren Kindergarten und alles gehen. Aber Videocall ist halt einfach anders, wie abends dann auf dem Sofa schneckeln. Und da bist du halt, als Athletin ist das schon, das ist eine Frage, die ich eigentlich auch oft gestellt bekomme, ob das nicht schwierig ist, da einen Zwiespalt zu bekommen, also ein Kompromiss, genau, zu bekommen. Du bist halt selbst, ich glaube, das kann auch jeder Mama bestätigen, selbst wenn du arbeiten gehst. Du weißt, du musst arbeiten, aber du hast irgendwie ein schlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber. Ja, aber jetzt sagen sie das zu dir als Athletin, aber das ist dein Job. Andere Frauen haben andere Jobs, da müssen die auch mal irgendwo anders hin. Bei einer Athletin wird immer gesagt, das ist ja praktisch so ein Pseudo-Job, den könntest du dir auch lassen. Aber kannst du eben nicht. Und wenn Männer Kinder haben und die wochenlang durch die Weltgeschichte fahren, da sagt keiner, hast du dir schon mal überlegt, dass deine Kinder alle in einem sind? Also das ist ja wieder so typisch. Da musst du einfach drüber stehen. Schubladen denken. Und wer hat das Glück, dass er eine Oma da im hat? Also eine Oma ist ja, viele Kinder sind ja froh, wenn sie zu Oma können. Ja, die haben da das beste Leben. Ich habe es danach umso schwerer. Ja, super, hättest du dann. Nee, aber das ist ja, ich meine, wir reden von deinem Job. Und so sage ich das denen aber auch. Ich sage, Mama, geht arbeiten. Ich bin für die jetzt in der Arbeit. Und die wissen aber auch, und das ist das Schöne, Mama, bringst du dann wieder eine Medaille mit nach Hause? Und das ist das Schöne. Ich habe echt das Glück. Ich darf jedes Mal eine Medaille mit nach Hause bringen. Kriegst du bei der Olympia immer eine Medaille? Da hast du das mitgemacht. Ja, auch als Part 16. Das ist nicht das Ziel. Nein, also 15 wäre toll. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ist es einfacher für dich, die Form jetzt zu konservieren zwischen diesen Wettkämpfen? Oder wäre es rein theoretisch jetzt besser, so wie es nächstes Jahr ist, dass du auf diesen Tag X, in dem Fall wichtigster Wettkampf Mr. Olympia, hindiätest? Und das dann der Einzige, der erste Wettkampf wird? Das ist für mich gar keine Option, nee. Nee? Du wirst vorher was machen? Auf jeden Fall. Und proben oder sowas? Also ich brauche das auch. Ich finde, der erste Wettkampf, das ist wie ein neues Paar Schuhe. Volles Risiko, oder? Also du könntest gar nicht sagen, wir gehen nächstes Jahr nur zum Olympia und da Vollgas, Tag X, da pieken wir. Sind wir am frischesten? Nee, das wäre für mich gar nichts. Also du musst überlegen, gerade bei den Männern, die machen die ganze Saison gar nichts. Und fahren zu Mr. Olympia. Ja, aber ich denke auch, so ein Frauenkörper, der ist ja doch mehr so eine Wuntertüte. Und der sollte man, wenn man so ein Jahr lang praktisch in der Off war, dann sollte man dem vorher schon einmal mal so einen Wettkampf spüren lassen, dass man sieht, was ist denn da drunter und wie reagiert es denn dies Jahr? Sie ist ja jetzt auch bei der Jenny, also wir wissen es ja nicht, aber sie hat jetzt die Quali auch für nächstes Jahr. Nichtsdestotrotz spielt sicherlich auch mit, nochmal zu gucken, wie reagiert der Körper? Ich habe jetzt seit einem Jahr irgendwie keine Wettkämpfe mehr gemacht. Das ist halt immer anders. Es ist halt auch so, bei einer Frau ist es nochmal einen Ticken anders und dein Hormonhaushalt ändert sich dann einfach auch mit den Jahren. Und ich merke das ja selber auch, ich kann deutlich weniger essen. Also jetzt in der Endphase ist es bei mir immer so, okay, ein bisschen wieder mal mit den Karpfen ein bisschen hoch, ein paar Tage und dann wieder runter. Aber wenn ich das vergleiche... Was hast du jetzt gehabt an Kalorien die letzten Tage, Wochen? Also der normale Diätplan, der liegt bei, ich glaube, 1800 an Trainingstagen. Ist aber eine Frau noch in Ordnung, oder? 1800? Ja, ich meine, sie ist relativ klein, aber sie hat auch viel Muskulatur. Und wenn du jetzt eine Bikiniathletin in der Größe hättest, die wäre dann ruckzuck bei 1400. Ja. Es kommt von der Muskelmasse, die verbrennt es dann halt. Also ich finde es total realistisch, so eine Zahl. Ich habe auch schon 2000 gegessen. Naja, genau. Ja, das gibt... Wenn du im Bürojob hast... Genau so, ganz oder gar nicht, dann ist das ein bisschen runter. Ja, und dann gab es halt immer... Ich habe halt einen sehr aktiven Alltag einfach. Ich habe einen Hund, ich gehe zwei Stunden allein nur mit dem Hund laufen. Dann, klar, die Kiddies, die halten einen immer auf Trab. Und vor allem meine Nächte sind jetzt nicht so, oh, das haben wir jetzt vielleicht bei jemandem, der alleine lebt. Ich kann halt nicht so in den Tag reinleben, wie es mir gefällt und mich dann auch mal zwischendrin hinlegen. Das geht halt nicht. Aber deswegen habe ich dann auch immer wieder so... Und ich merke das auch tatsächlich. Also was ich über die Jahre gemerkt habe, ist einfach, meinen Körper auch kennenzulernen. Jedes Mal, wenn ich ein Refeed bekommen habe oder mehr Carbs an diesem Tag, bin ich morgens aufgestanden und dachte mir, hoffentlich gibt es heute was zu essen, weil jetzt merkst du es. Und das war auch immer so. Also das finde ich halt auch so das Interessante an dem Sport. Du lernst deinen Körper so extrem gut kennen. Und du merkst auch mit jedem Training, wo du wieder warst, okay, du kannst es jetzt ein bisschen besser ansteuern. Ich hatte ja ein Rückenproblem, weil ich habe Rücken trainiert, aber das Einzige, was gewachsen ist, ist halt mein Arme. Und ich habe jetzt richtig gemerkt, das richtig anzusteuern. Und du lernst halt einfach immer dazu. Und ich bin da so dankbar, dass ich dann auch mit Leuten trainieren kann, die einem wieder was beibringen. Also ich war schon immer so, dass ich meine Augen und Ohren ganz arg offen habe und einfach alles aufsaugen will wie so ein Schwamm und alles auch ausprobiere. Und das, was halt für einen dann am besten funktioniert, das macht man halt dann. Habt ihr jetzt in der Peak Week irgendwas verändert, weil ihr eventuell gemerkt habt bei den letzten Shows, das hat gut geklappt, das hat nicht gut geklappt? Oder war ein Wettkampf so gut, dass man das jetzt versucht, mehr oder weniger zu kopieren nochmal? Also Polen war schon best form, Polen war richtig gut. Vom Gewicht her, wenn man jetzt nach Gewicht geht, war ich da auch leichter, also harter einfach. Aber wir machen mich halt echt immer so brackelhart und dann umso voller. Und je nachdem, wie mein Körper reagiert, ich meine, man darf auch nicht vergessen, in jedem Land sind andere Klimaverhältnisse. Das heißt, Natrium und Kalium spielt da auch eine ganz große Rolle und da muss man halt wirklich einen Coach an der Seite haben, der das auch im Blick hat. Und deswegen hast du so deinen Standard-Peak-Week-Plan, der aber dann bei Bedarf abgeändert wird. Individuell mit Natrium. Genau. Hier wirst du wahrscheinlich viel mehr Natrium verlieren als in Polen. Ja. Ist so. Ist so. Und wie ist das, wenn du jetzt, du bist ja eine erfahrenen Athletin, du stehst morgens auf und dann spürst du ja, wie du aussiehst. Und dann gibst du ein Feedback. Also ich stehe morgens auf. Als vier ist es tatsächlich relativ früh, zwischen fünf und sechs. Gehe auf die Waage. Und eigentlich war es bisher immer so, ich stehe mit Hunger auf. Und dann weiß ich eigentlich dann auch schon, okay, heute gibt es definitiv eine Mahlzeit mehr. Ja, genau. Das spürst du ja. Das spüre ich. Und dann gibst du ein Feedback und das wird dann gehört und dann wird danach mitentschieden. Also ich meine, das, was du sagst, fließt damit ein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da deckt sich Gefühle auch oft mit dem, was Stefan nachher macht. Genau. Ja. Und dann meistens, also heute ist es so, heute gab es einen Check. Es wird im Laufe des Tages dann meistens so nach der fünften Mahlzeit wird es dann nochmal einen Check geben, so gegen 19 Uhr oder so. Also ich denke mal nach dem Pro-Meeting dementsprechend heute. Und dann gucken, okay, reicht die eine Mahlzeit oder müssen wir noch eine nachlegen. Und so wird es morgen dann auch ablaufen. Morgen wird wahrscheinlich, dann werden es auf drei Checks rauslaufen. Einmal live und der Rest über Video. Weil er kennt den Spot, er kennt mich, wie ich aussehe. Und kann dann, er kann das. Also da gibt es gar, und hört halt dann auch auf mich, was ich sage. Wie geht es dir? Spürst du den Druck auch in der Muskulatur? Das meine ich genau so. Ja, also da geht er voll danach. Gibt es Athletinnen in deiner Klasse, die du selbst richtig gut findest? Oder kann man sich sowas auf dem Niveau als Profi, wo auch diese Konkurrenzsituation hast, gar nicht leisten? Nee, also ich bin grundsätzlich so ein richtiger Gönner. Also ich habe auch die Lena jetzt gesehen im Torture Gym gestern. Gestern war das, glaube ich, ja. Bin dann auch direkt zu ihr her und habe gesagt, boah, du wirst richtig rasieren. Du hast einen richtig guten Rückenwind und so. Also ich freue mich dann auch und ich bin selber dann auch gespannt. Ich sehe mich nicht auf der Finalbühne. Deswegen freue ich mich dann umso mehr, das Battle zwischen den anderen zu sehen und feiere da eigentlich oder Fieber da richtig mit. Und gefallen tut mir ehrlich gesagt von der Linie am besten die SID. Die finde ich einfach von der Linie unschlagbar. Die ist nicht die muskulöste. Das ist für mich einfach Figur. Die kann sich nicht in die Physik stellen. Es gibt halt Figurmädchen, die können sich auch in die Physik stellen. Zum Beispiel die Dutili oder wie die heißt. Ja, die geht ja auch. Die ist ja, die Physik. Genau. Aber das war vorher schon so, also bevor sie sich entschieden hat. Die sind sehr muskulös und auch sehr hart. Also ich habe, ja, und ich weiß ja noch, wir waren ja zusammen damals beim Stefan vor zwei Jahren. Die sah richtig schön aus. Also Figur, sie sieht ja jetzt auch schön aus. Das war ja jetzt keine Wertung zu sein. Aber das war Figur. Und das hat sich jetzt in diesen zwei Jahren so extrem nach oben entwickelt. Ich habe die teilweise gar nicht wiedererkannt. Die hat auch an der Frisur irgendwas gemacht. Ja. Ja, okay. Die ist das. Krass. Krass, ja. Du passt schon einen Ticken drüber für Figur. Ja, genau. Und dann stand die da immer nur in der Figur. Ja, genau. Also du musst jetzt hoch. Jetzt wird es Zeit. Ja, und du wirst sonst irgendwann, wirst du halt auch abgewertet und zurecht. Logisch. Ja, ist so. Mit Recht. Und es wird ja auch eine gute Physik. Also die brauchen ein bisschen mehr Hintern und ein bisschen mehr Beine. Und dann steht die da wie eine Eins. Also das wird eine richtig gute. Apropos Hintern. Findest du nicht, dass die Sid ein kleines bisschen mehr Hintern vertragen könnte? Doch. Ja, gut. Weil die hat halt so brutale Schenkel. Ja, ja. Das nehmen die alles weg beim Training. Ja, ja. Das ist das Einzige. Und ich finde es so toll, dass die jetzt alle so auf Hintern aus sind. Ich finde, das ist ja meine Stärke. Also ich finde schon auch so ein bisschen in der Seitenansicht, so ein bisschen mehr könnte schon ein bisschen. Könnte ein bisschen mehr Schwung haben. Definitiv. Ja. Also jetzt meckern auf ganz hohem Niveau, weil sie wirklich eine tolle Athletin ist. Aber wenn man so sagen würde, so ein bisschen Hintern wäre schon bei echt. Ja, ja. Ich glaube, dann wäre es ja echt perfekt auch. So. Und das ist halt einfach eine, die ist einfach bildschöner. Also die guckst du an, die sieht aus wie eine Actionfigur. Und die, wenn die halt hinter der Bühne steht oder am Pro-Meeting oder so, die ist halt wirklich, die ist halt zierlich eigentlich. Haben wir die letztes Jahr gesehen? Da kam sie mit dem Jogginganzug raus. So. Ja. Also wenn du die jetzt nicht gekannt hättest oder halt nicht so gut kennst, du hättest nicht gedacht, dass die das ist. Die dann nachher auf der Bühne steht und so abreißt. Ja. Das ist halt dieser. Unscheinbar. Wow-Effekt dann einfach auf der Bühne. Die, du siehst die, auch beim Laufen, die hat ja extrem schmale Handgelenke und Schlüsselbein. Also ist ja alles sehr zierlich, wie von einer Bikini. Aber dann macht die auf und dann bumm. Ja. Diese plastischen Muskeln. Ja. Und dieses Grinsen. Also Hammer. Ja und wenn die rauskommt, so souverän, aber ohne arrogant zu sein. Ja. Diese Mischung ist ja total sympathisch. Und er ist schon ein würdiger Champion, kann man sagen. Definitiv. Was ist denn deine größte Stärke, wenn du das selbst beurteilen müsstest? Ähm, muskulär jetzt? Ja. Mittlerweile würde ich sagen, mein Rücken und mein Hintern. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du dich umdrehst, das ist schon spektakulär. Ja, also ich muss auch. Da hast du auch Warschau gewonnen. Ja. Das war, wo du Warschau, wo ich im Stream gedacht habe. Habe es dir auch geschrieben gehabt. Ganz komisch, dass sie die andere da so nah dran lassen haben. Aber als Nadine sich umgedreht hat, war es vorbei. Da war der Wettkampf gelaufen, fand ich. Also dass am Ende dann immer noch so eine Show draus gemacht ist. Es ist halt Show, aber ich fand es war schon deutlich. Und halt, also ich habe mittlerweile auch echt eine gute Bauchkontrolle gelernt. Also in der Sidepose vor allem. Bei mir sieht man keinen Kessel. Ich kann gut durch die Brust atmen. Wo jetzt auch in Warschau bei der Zweitplatzierten stark Kritik ausgeübt wurde. Dass sie halt, du hast richtig zu dem Bauchatmen sehen. Und mir ging es auch echt schlecht danach. Aber du kannst sogar daraus lernen, also was die Judges den anderen Athleten für Feedback geben, dass du weißt, das ist ein Punkt, das wird kritisiert, das fällt auf. Das darf ich auf jeden Fall nicht machen. Ja, ist so. Und das haben sie auch gesagt. Und dein Bauch war einfach konstant drin. Und es war scheiße anstrengend. Ich habe auch echt gedacht, ich muss spucken hinter der Bühne. So wie auf dem Bayerischen. Ja, weil die halt wirklich, die haben dich stehen lassen, verglichen. Man muss auch sagen, ist auch richtig so. Ey, da geht es um eine Olympia-Quale. Ja. Da hast du auch zu kämpfen. Und da hast du dann auch danach, nach Luft zu ringen. Das ist nicht mal so kurz überbeigehen. Das haben wir auch aufgesagt. Das haben wir auch aufgesagt. Überbeigehen. Gib denen nochmal einen Vergleich. Mach nochmal, ruf nochmal welche. Ja. Oh, es geht um was. Ja. Lass sie doch nicht direkt nach hinten Backstage gehen. Die sollen sich mal ein bisschen anstrengen. Und das machen sie jetzt aber mittlerweile auch öfter, dass sie noch mehr showen, nochmal einen Vergleich, nochmal eine Runde. Ja. Dass du einfach dafür was tun musst, dass du hier stehst. Ja. Dass mal einer fädelt oder ausläuft oder sonst irgendwas. Ja, aber dann ist so less man standing oder less woman standing quasi. Du musst es dir schon verdienen. Wenn du da nicht fit bist, dann ist ja irgendwo dann der sportliche Anspruch nochmal auf der Bühne. Ja. Zu sagen, ich habe auch Konditionen, ich habe gepostet, ich habe meinen Job gemacht. Weil es ist ja deine Arbeit, irgendwo auch Posen zu lernen und die Posen auch. Einfach auch eine halbe Stunde zu stehen und sein muss. In einem Vergleich auch mal zu halten. Ja. Und dann wirklich nicht irgendwie einen Kessel in der Quarter Turn raushängen zu lassen. So das, was man immer wieder sieht. Und das kann sich halt konstant verbessern. Das ist ja das Geile bei dem Sport. Das ist wie, wenn du Sims spielst. Kennt ihr das Spiel Sims? Ja, klar. Das ist unendlich. Ja. Oder Monopoly. Da kannst du ewig spielen, bis du kein Geld mehr hast. Bist du über Grau spielst. Aber du kannst, das ist halt so, da wird es dir nicht langweilig. Weil jedes Jahr, wenn du deinen Rücken verbessert hast, dann hängt halt wieder dein Quad hinterher. Dann musst du halt wieder daran arbeiten. Okay, jetzt passt es zu weit. Aber deine Schulter ist in der Seitpose immer noch zu weit oben. Verbesser dein Posing. Mhm. Ja. Wie gesagt, das hat man auch früher schon immer gesagt, wer im Line-Up atmet, der hat verloren. Das sind alte Regeln, die sich ja immer noch gelten. Ja. Es gab doch früher bei den Männern, gab es doch früher dieses Challenge-Round. Mhm. Oh, okay. Das war quasi, dass die, die nicht gewinnen oder weiter hinten sind auch, den Champion quasi rausfordern, den amtierenden Champion quasi in der Pose rausfordern können. Die ihnen am besten talkt, wo sie sich selbst am besten finden, wenn du dir jetzt eine Pose aussuchen dürftest und gegen Sidney Gillen im Zweiervergleich stößt. Backpose. Genau. Auf jeden Fall. Ja, das sagt aber auch der Stefan. Logisch. Also in der Backpose, da hast du die meisten Athleten. Da würdest du den Popo noch ein bisschen schieben. Ja, vor allem das Geile ist halt, du lernst halt auch dazu. Ich meine, so meine Formtext, die gucke ich eigentlich so nie an, die schicke ich blind los. Aber wenn ich dann mein Posing übe und mit der Atmung dann auch wieder spiele, habe ich zum Beispiel in der Rückenpose auch gemerkt, lasse ich meine Luft komplett raus, wird meine Talie nochmal schmäler. Es geht auch seitlich weg. Genau. Genau. Und damit fahre ich jetzt aktuell wirklich am besten. Und es sind aber auch dann solche Dinge, worüber ich mich freuen kann. Weil es geht dann nicht darum, werde ich jetzt beim Olympia 15. oder 16. Sondern das sind, ah okay, da hat es jetzt kurz geschnaggelt. Jetzt weißt du, okay, da kannst du dran arbeiten. Das behältst du bei Haken. Und dann radust du die Liste einfach weiter ab. Genau. Hast du sowas wie einen deutschen Dreikampf im Kopf? Seit drei Athletinnen in der Figur, dass du dich mit den anderen vergleichst? Ich lasse mich ganz schlecht mit den beiden vergleichen, weil ich eine ganz andere Linie habe. Natürlich, aber am Ende kannst du halt dann ganz straight nach Platzierung gehen. Und ich habe, da bin ich ein schlechter Wettkämpfer, glaube auch, diesen Kampfgeist so rauszugehen und zu sagen, ich zerstöre euch jetzt. Was jetzt andere haben. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Und so für mich ist, das hört sich jetzt vielleicht auch nicht sportlich an richtig, aber ich will niemanden wegdrücken. Sondern ich will mit dem nachher noch einen Kaffee trinken gehen. Harmoniebedürftig. Ja, ich bin ein ganz, ganz harmoniebedürftiger Mensch. Mit mir kann man auch nicht streiten, sondern okay, ich will mir deine Meinung an. Du kannst mich auch von deiner Meinung überzeugen. Kommt auch vor. Aber ja, so dieses Bösartige oder auch in meinem Kopf habe ich auch gar kein Konkurrenzdenken denen gegenüber. Natürlich, wenn ich jetzt mit denen zusammen auf der Empro oder letztes Jahr mit der Jenny stand ich ja auch auf der Empro 1 und 2. Weil, klar hätte ich da gern gewonnen. Und klar, hätte ich auch sie gern auf 2 gesehen und nicht mich auf 2. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihr das nicht gegönnt habe. Weil ich weiß, du hättest die auch switchen können. So ein Denken habe ich dann schon auch. Ich glaube, ich persönlich sehe mich auch nicht in direkter Konkurrenz mit den beiden. Weil die einfach schon einen Schritt voraus sind für mich. Also ich sehe mich tatsächlich so, ich bin die drittbeste Deutsche in der Figur. Und damit bin ich voll, voll zufrieden. Weil ich habe bisher in den letzten Jahren einfach immer das Maximale versucht, aus mir rauszuholen. Und mehr ist halt einfach nicht drin. Und das ist auch okay. Also keine Genugtuung, wenn du nachher vielleicht doch die Zweite unter den drei Deutschen bist. Es gibt ja jetzt Leute, die würden Nein sagen, auf gar keinen Fall. Meinen aber was anderes. Du kannst schon so offen und ehrlich und wahrhaftig sagen. Und da gäbe es jetzt nicht so, dass du sagst, mit Freunden würdest du dich. Aber es ist nicht so, ja, jetzt habe ich es euch gezeigt. Nee, das habe ich nicht. So, ah, jetzt habe ich euch das, nee. Klar würde es mich freuen. Ja, natürlich. Ich wäre auch gern die beste deutsche Figurathletin. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich die drittbeste bin. Weil ich gehöre zu den Besten und das ist mir auch bewusst. Das hast du ja schon safe. Da musst du nichts mehr dafür machen. Das ist ja das Schöne, ja. Ja, deswegen bin ich einfach wirklich happy. Und ich bin auch happy, jetzt da übermorgen auf der Bühne wieder zu stehen und mein Eyewalk zu machen. Und ich freue mich danach aber dann trotzdem auch auf einen Burger und einen Donut. Und ich freue mich auch wieder aufs normale Leben, in Anführungsstrichen. Wenn ich einfach, weil man macht sich ja auch wirklich manchmal selber den Druck. Wobei ich da auch schon sehr, sehr viel besser geworden bin, wenn ich jetzt mal nicht ins Training komme, sondern einfach länger mit meinen Kindern auf dem Spielplatz bin. Was machst du als erstes nach Mr. Olympia? Hier oder zu Hause? Hier. Außer trinken. Trinken, ja. Das war jetzt direkt im Kopf. Danach auf jeden Fall zu Stefan gehen. Der wird eh da sein im Publikum und werde mit ihm wahrscheinlich einen kurzen Schwarz halten. Und dann werde ich ins Apartment fahren. Ich werde mir wahrscheinlich, oder ich werde auf den Strip gehen. Ja, ich will auf den Strip unbedingt. Max wird auch noch kommen mit Clara. Die sind schon da, oder? Ja, die sind, heute Morgen hat er mir jetzt geschrieben. Ich komme später auch noch vorbei. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mit denen auf den Strip gehen. Ich will in die M&M's World. Und ich will Geschenke einkaufen für meine Kinder und für meine Familie. Ja, also einkaufen. Und was essen. Was isst du denn als erstes nach Mr. Olympia? Was ich tatsächlich immer essen muss, egal nach welchem Wettkampf, ist, wenn ich noch ein Mehl übrig habe, esse ich mein Mehl. Weil ich schmeiße kein Essen weg. Und wenn ich nach Hause gehe, mache ich mir erstmal Reis mit Hähnchen, Ananas, Rosinen, das, was noch da ist. Und meistens wird es dann auf dem Eis oder auf dem Burger irgendwann am späten Abend rauslaufen. Aber bei mir wird nichts wegschmissen. Das ist vorbildlich. Ja. Dann gib uns zum Schluss nochmal eine Einschätzung. Eine Prediction. Wo siehst du dich jetzt? Du sagst, platzieren wäre geil. Das ist so, wäre das schon so das Optimum? Also, ich glaube, das war auch gut, dass ich Polen jetzt noch gemacht habe. Somit habe ich quasi schon die Olympia-Quali und einen kleinen Rückenwind für Olympia dieses Jahr. Außerdem habe ich meine Quali in den USA geholt, was auch gut ist. Tyler hat mich oder kennt mich auch von den Wettkämpfen und hat auch schon mir Feedback gegeben. Das heißt, 15 safe. 15 safe, glaube ich. Aber schön wäre natürlich mehr. Also, klar. Ja, Placing wäre schon stark auf jeden Fall. Ja, das wäre toll. Sind wir eigentlich einig, oder? Ja. Habe ich auch gesagt. Top-Tennis ist schon das Knackig. Und da musst du halt auch echt, da musst du immer auch ein bisschen Glück haben, dass irgendjemand vielleicht die Form von Marc wird. Und du musst halt auch in einen Vergleich reinkommen. Genau. Du musst das Glück haben, dass du in dem Moment von jemandem gesehen wirst und unbedingt in einen Vergleich reinkommst. Ja. Das wäre so. Also, lass in dem ersten Vergleich fünf sein, im zweiten nochmal fünf oder sechs. Ja. Ja. Erster fünf, zweiter sechs oder sieben. Oder zwei sechster. Ja, oder zwei sechster. Da musst du in den zweiten Callout kommen, da wird es schon... Ja, überleg mal. Das wäre, und dann wäre es, wenn sie das gesehen haben, wenn du dich umdrehst, dann ist... Ja. Ja, und da musst du halt erst mal reinkommen, da. Wie viel seid denn da Figur? Weißt du das? Deutlich weniger wie 22. In 22 waren es ja, glaube ich, 44 Athleten. Ja. Ich glaube, die Hälfte ist es jetzt, oder? So 24 oder so. 22, 23. Das kann sein, ja. Da musst du fast eigentlich sagen, ich will platzieren. Ja. Also alles andere wäre halt dann auch bei allem Tiefstapeln zu tief gestapelt. Ja. Ich versuche mir halt immer so wenig Druck, in Anführungsstrichen, wie möglich zu machen, um halt nicht enttäuscht zu sein. Ja. Deswegen freue ich mich dann einfach, ich freue mich einfach über eine Platzierung. Und je näher es an die 10 kommt, desto toller ist es natürlich. Weil natürlich, wenn du dich jetzt schon in dem Bereich dann bewegst, wird es halt nächstes Jahr, wenn du wieder das Paket abbringst, wie auch bei den ersten, die gestellt sind, muss man mich dann auch erst mal wieder weg verdrängen. Ja. Da sind wir sehr einig. Ja. Und wünschen ein bestes Gelegenheit, maximalen Erfolg. Danke. Und auch nochmal vielen Dank, dass wir da sein durften. Immer gerne. Ich meine, ich lade euch wirklich gerne wieder auf den Parkplatz treffen ein. Das war sehr angenehm. Ja, du hast halt nicht aufgeräumt gehabt. Ja, bei mir sieht es aus wie Schwein gar. Ich hoffe, das war vom Ton einigermaßen okay. Der eine oder andere hat jetzt nicht ganz so viel Rücksicht genommen beim Vorbeifahren. Die Teslas waren ein bisschen angenehmer, die hast du gar nicht gehört. Aber ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Haben wir ein paar US-Kars drauf. Gut. Das wir sehen, dass wir jetzt auch noch ein bisschen filmen am Parkplatz. Zumindest im Ton auf jeden Fall. Nicht beim Aldi-Parkplatz. Ja. Augsburg-Rosenheim. Ihr habt jetzt hoffentlich gesehen, wir sind auf jeden Fall in Amerika. Oh ja, das müssen wir aber auch echt ausmachen, dass wir mal zu Martina und zum Heinz gehen. Da habe ich echt Lust drauf mal wieder. Ja? Ja. Ihr geht in den Keller trainieren? Ja. Ja. Dann zeige ich dir nochmal meinen athletischen Körper. Ziehe dich nochmal beim Wadenheben ab. Ein bisschen. Man muss das ja auch immer runterbrechen, ja. Dein Gewicht, deine Größe, mein Gewicht. Eigentlich bin ich doch sicher. Aber wir haben eine brutale Wadenmaschine. Es war aber kein Stack mehr da. Ich war bei Max. Das stimmt. Nadine, alles Gute wirklich. Danke schön. Alles Gute für Freitag. Ja, danke. Und wir freuen uns zuzuschauen. Ja. Und ich finde es toll, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch. Und in diesem Sinne war es das hier mit dem Interview aus der Parkinglot bei Nadine Huber vor dem Apartment. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid gut unterhalten und bis zum nächsten Video. Tschüssi. Tschau. Tschau.